Herzlich Willkommen zurück zu Cry of Fear. Wir hatten Kontakt mit dem Doktor und wir sollen also für ihn eine Pistole holen, die im Keller zu sein scheint. Ich hoffe, hier ist noch alles in Ordnung. So, da wir jetzt eh Platz brauchen, werde ich wohl oder übel erstmal eine Spritze natürlich nehmen und den Rest dann mal hier lagern. So, tuappen und tuappen und tuappen. Ich hoffe, das ist jetzt schlau so. Wie gesagt, wir müssten im Keller sonst irgendwas lagern, dann lieber so. So, hinunter geht's. Während hier noch weiterhin... Wow! Wow! Während hier von wegen alles so ruhig ist, außer die Schreie. Boah. Natürlich auch immer noch dumm, dass ich hier umher switchen muss. Ähm, von der Taschenlampe zur Knarre. Verdammt nochmal, ey. Ah. Ich glaube auch, dass sie hier zum ersten Mal wirklich ganz wild umher spawnen. Einfach mal so. Ohne Ankündigung. So, wo war das denn jetzt? Das müsste doch hier gewesen sein, ne? Genau. So, hier ist noch alles ruhig. Kegeln will ich jetzt auch gerne. Und da ist doch die Knarre. Die P365 oder auch 345, irgendwie so. So. Ähm, okay. Wir wechseln mal wieder. Ähm, und ich... Ich bin immer noch unsicher. Ob wir wirklich wagen sollten, diesem zwielichtigen Doktor die Knarre anzuvertrauen. Ich hoffe mal, dass er uns nicht erschießen wird. Und ich hoffe auch, dass wir hier jetzt alleine sind. Ähm... Da wir ja die Waffe haben. Hehe. Huch. Tür? Tür? Tür. 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 So. Ruhig, ruhig, ruhig. Okay. Hier ist alles erstmal gut. Aber das heißt ja nichts. Doktor? Welche Richtung war es jetzt? Das war jetzt wohl die falsche Richtung. Gehen wir mal hier lang. Hier dürfte es doch sein, ne? Na ja, dann gehen wir dem Doktor mal. Was er haben will. Zumindest gleich. Ah ne, wir können die... Spritzen noch gar nicht aufnehmen. So. Hallöchen. Will you give him the weapon? Natürlich. Hier. There's no ammo in it, do. Now, give me the key. Thank you, Simon. I like the weapon. Now you come. Yeah. Ah! Ah! You crazy bastard! Ich will kill you! Ach, Herr Jiminy. Der hat uns also hier tatsächlich den Schlüssel rüber geschoben. Und uns angeschossen? Alter, wir... Uns wurde mal soeben knapp ein Viertel unserer Lebensanzeige gestohlen. Da wir angeschossen wurden. Verdammt! Alter. Das ist doch nicht wahr. Eieieiei. Jetzt wird's wohl so richtig hart hier. Also es war nicht so verkehrt, dass wir jetzt hier ihm die Waffe gegeben haben, aber es war wohl auch nicht die Königslösung. So, wir haben den Gate Key. So, die Tür ist verschlossen. So, Spritzen her. Und... Hinein gestürmt. Geht's hier jetzt rein? Geht es. Es geht hier rein. Und ich brauche jetzt mal hier die Knarre. Und... Die Taschenlampe ebenso. Hehe. Es muss doch irgendwie möglich sein, die Taschenlampe anzumachen und gleichzeitig schießbereit zu sein. Der Doktor hat die Tür verschlossen. Findet ihr Telefonnummer? Eine Telefonnummer finden? Wie das denn? Was haben wir hier? Aha. Ein Fernrohr. Was sollen wir hier erspielen? Alter, diese Schreie im Hintergrund. Diese verdammten Schreie. Huch. So. Noch ein Schlüssel. Och nö. Das Inventar schon wieder voll. Ich gehe doch gleich mal... ...kotzen hier. Droppen wir halt nochmal... ...die Spritzen. Viele sind's eh nicht mehr. Der Stuff Key. Okay, die können wir wohl nicht öffnen, oder? Können wir die öffnen? Nee. Können wir nicht öffnen. Na. Okay, erstmal wieder zurück. Wo brauchen wir den Stuff Key hier? Und sind wir hier noch? Nein, 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 ja. Oh, der hat uns überrascht. Soviel zum Thema alleine sein. Alter. Puh. Der hat uns mal... ...sehr überrascht. Alter Verwalter. Wie viele haben wir hier jetzt noch? Und vor allen Dingen, wo kriegen wir hier... ...die Nummer her? Da hinten steht noch einer, oder? Verdammt nochmal. Verdammte Scheiße. Wenn's so weiter geht, sterben wir hier. Da wir ja eh nur noch... ...drei Viertel Leben haben. Hu. Hu. So. Hier ist alles okay. Alles sauber. Aber wohin müssen wir? Wo, Bock? Nein. Nein. Boah. Alter. Wir sind bald tot. Wir sind bald tot. Wir humpeln sogar schon hier rum. Humpelstilzieren sind wir hier. Da ist was hinter der Tür. Da ist was hinter der Tür. Was ist hinter der Tür? Was ist dahinter, verdammt? Alter, wir... Boah. Boah. Ich versuch mal einfach jetzt hier... ...das zu öffnen. Geht nicht. Alter. Du musst durchhalten, Simon. Das ist auch nichts. Wo können wir hier... ...ne Tür öffnen? Und wie viele... ...Schreie haben wir hier noch? Wie viele Räume haben wir hier noch? Die ist verschlossen. Ach. Wir können hinein. Was haben wir hier? Lediglich... ...einen Stuhl. Was war das denn? Nur Simon? Was? Hallo? Wieso geht die Tür hier zu? Hallo? Hallo? Herein? Wer weint da? Liebe Güte, wer weint da? Alter. Nein. Alter. Was machen die mit mir hier? Scheiß Dreck. So, Spritze aufgenommen. Und wir nehmen die auch gleich. Denn, ähm... ...uns geht's gar nicht gut. Alter, 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 alter. Wie oft hab ich heute schon Alter gesagt? Ich würd's nicht wissen. Keiner mehr hier. Was ist das? Left broken plate. Okay, da ist irgendwas eingraviert. Aber was? Wir müssen hier auch ne Telefonnummer suchen. Damit wir da... ...im Abteil des Doktors telefonieren können. Warum auch immer. Ist doch krank hier alles. Hallo? Irgendjemand da? Der unser Leben... ...erfreuen will? Ja, ja. Auch du bist herzlich willkommen. Alter. Hallo? Boah. Da wären wir hier... ...um ein Haar gestorben. Also ich muss doch jetzt speichern hier irgendwo. Ich bin hier tot. Das ist mein Todesurteil. Speichergerät. Speichergerät. Ja, du kommst zu mir. So. Deep Forest. Safen wir mal ab. Und dann gehen wir mal so wie wir hier sind... ...auf in ein tolles Abenteuer. Als halbtoter Simon. Bloß weil ich hier nichts... ...machen kann. Ich will das so kombinieren. Aber ich kann's nicht. Hier geht's runter. Oder raus. In den Garten. Hier will ich doch gar nicht sein, oder? Hier geht's wieder runter. Hallo? 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 Was haben wir hier noch? Alles leer? Alles leer? Alles leer. Zumindest mal erstmal. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Huch. Hallo? Öffnet sich nicht. Ich will doch jetzt die Taschenabwehr wieder haben. Simon, du Idiot. Jetzt mach uns hier keine Schande. Was ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Oh. Von wegen. Wir können wieder speichern. Was bringt uns das? Haben wir hier noch irgendwas gehabt? Merkwürdig, oder? Ach, da ist ne Platte. Keine Gegner? Da ist doch jemand hinter. Oder? Den kriegen wir so nicht platt. Scheiße. Oh, wie ärgerlich. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Okay. Wir brauchen unbedingt die Spritze. Nützt alles nichts. Also hinein. Und dann... Spritze. Ach, scheiß. Inventar ist voll. Wir droppen das Teil hier mal. Das ist okay, hoffentlich. Wow. Hallo? Äh... Wo ist das Teil jetzt hin? Das Teil ist... Hat sich aufgelöst? Oder was? Wir haben auch keine Spritzen mehr? Hä? Das ganze Teil ist jetzt weg, oder was? Oh, nochmal neu laden hier alles. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch ein Bug ist das doch. Machen wir es halt anders. Lassen wir halt mal nicht... Ähm... Diese komische Platte da fallen. Sondern das Handy, oder die Flashlight besser gesagt. Es gibt ja tausend Wege hier. Okay. Knarre... Lassen wir fallen. So. Spritze haben wir hier. Equippen wir... Rein damit und fertig. Ist auch echt gemein hier. Es läuft einfach gar nicht für uns. Mh... Muss man so sagen. So. Die Knarre will ich jetzt haben. Schwere Geburt, schwere Geburt. Ähm... So. Ich guck mal. Das... Platte... Platte Dingenson haben wir jetzt hier. Ah, ist das doof. Wenn ich bloß das kombinieren könnte, würde das vieles einfacher machen hier. Weil immer so plötzlich Gegner kommen. So. Uns geht's erstmal wieder gut. Wir wissen, wo wir hin müssen. Ich speichere jetzt trotzdem mal. Und dann sehen wir uns... beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. Und es wird hier wirklich hart. Ich merke es hier wirklich. Und ihr vielleicht auch. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Macht's gut.